Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Conneros und ich freue mich, wie immer, Lennart Gänzen, den mir zu begrüßen. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wir haben ja letzte Woche das erste Mal ein paar Spiele getippt. Lass uns mal einmal kurz schauen, wie wir so abgeschnitten haben. Ich habe es gar nicht verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Überhaupt nicht. Weißt du noch, was du getippt hast? Ich weiß, dass ich sehr auf 3-1 getippt habe. Das ist beim ersten Spiel genau richtig aufgegangen. Ah ja. Gladbach-Stuttgart hast du exakt richtig getippt mit 3-1. Das ist gut. Ich bin mit einem 2-2 gegangen, aber mein Player-Managerspiel hat immerhin getroffen. Also für mich auch noch in Ordnung. Hertha Düsseldorf habe ich wiederum komplett richtig getippt mit 2-0 Düsseldorf. Da hast du 3-0 Hertha getippt. Da warst du knapp daneben, würde ich sagen. Ja, ja. Tottenham Arsenal haben wir beide 2-1 getippt. Also ist 1-0 ausgegangen. Dementsprechend Differenz richtig. Deine zwei Platzverweise wurden es nicht, aber dafür acht gelbe Karten. Also auch eine OK-Quote. Aufaddiert sind das quasi zwei. Können wir so sagen. Milan gegen Venedig hast du natürlich, wie es sich gehört, 3-1 getippt. Es ist 4-0 ausgegangen und mir ist dann da aufgefallen, ich habe gar keinen Tipp abgegeben. Ich habe dich, glaube ich, bei einem anderen Spiel noch daran erinnert, dass du abgeben musst, ne? Ja, ich habe keinen abgegeben, aber dementsprechend lag ich nicht falsch. Schön beim ersten Mal direkt schon wieder aus der Affäre gezogen. Ja, man muss ja immer Raum zur Verbesserung geben. Richtig. Und zum Abschluss hatten wir noch Real Saucidat gegen Real Madrid. Du bist natürlich wieder mit einem 3-1 gegangen. Ausgang ist es 2-0. Dementsprechend die Tendenz getroffen. Und ich war mit meinem 1-0-Call mit Vinitor in der 85. auch nicht ganz verkehrt. Also er hat getroffen, aber nicht in der 85. Also ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Da wären wir in der einen oder anderen Tipprunde, glaube ich, oben mit dabei gewesen. Eben, wenn wir die kombiniert hätten, wäre das ganz gut gewesen. Wir machen direkt weiter mit den Spielen für dieses Wochenende. Wir könnten jetzt eigentlich auch dabei belassen und einfach sagen, wir waren richtig gute Tipper und fertig aus. Nee, aber wir machen es nicht. Wir müssen das ja jetzt auch nochmal bestätigen. Man ist ja immer erst gut, wenn man das auch bestätigt. Und es sind echt geile Spiele dabei, die man richtig gut tippen kann. Stuttgart gegen Dortmund. Stuttgart zu Hause, ne? Ich glaube, also Stuttgart hat gegen Real halt auch echt so brutal gut gespielt. Ich glaube tatsächlich Stuttgart gewinnt und zwar 2-1. Ich gehe mit einem 2-2. Kann mir aber auch sehr guten Stuttgart-Sieg vorstellen. Dann Rhein-Derby. Düsseldorf gegen Köln. Ich habe letztes Mal gegen Düsseldorf getippt. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann tippe ich diesmal, glaube ich, lieber auf Düsseldorf. Und zwar, guck mal, letztes Mal war der 3-1 der Tipp, jetzt diesmal 2-1. Ich gehe auf ein 2-1 für Köln. Für Köln? Ja. Die Chancen, die sie gegen Magdeburg nicht gemacht haben, die nutzen sie jetzt. Dann Topspiel in England. Man City gegen Arsenal. Ich würde mir wünschen, dass Arsenal gewinnt. Und die waren auch echt nicht schlecht drauf. Aber Man City ist halt leider Man City. Und in diesen Spielen sind die leider eigentlich immer da. Aber das wird ein ekliges 1-0. Ich sage, das wird ein klares 3-1 für City. Dann haben wir zwei richtig geile Spiele in der Serie A. Zum einen Juve gegen Neapel. Ja, gut. Ja, betraue ich jetzt nicht mehr so viel zu. Gehe ich mit einem 3-0 für Juve. Ich gehe in die komplett andere Richtung. Napoli einen Top-Saisonstart gehabt. Falls du das verfolgst. Nein. Wie du vielleicht merkst. Anscheinend. Ich sage ein 1-0 Napoli. Ah ja. Und dann haben wir noch das Mailand-Derby. Inter gegen AC. Bei AC ist Krise, das weiß ich. Das habe ich durchaus mitbekommen. Deswegen gehe ich damit um 2-0 für Inter. sage ich 2-1. Und das letzte Spiel. Wir gehen nach Frankreich. Lyon gegen Marseille. Da wird Rabiot vielleicht schon auf dem Platz stehen für Marseille. Ist ja gewechselt jetzt endgültig als wertvollster Vereinsloser. Gehe ich mit einem 2-1 für Marseille. Das wird ein torreiches 2-2. Und da gibt es auf jeden Fall zwei Platzverweise. Ja, in Frankreich, die sind immer gut für Platzverweise. Dann, wie ihr es der Headliner entnehmen könnt, geht es heute um die Top-Ten-Transfers von Schalke seit dem Jahr 2000. Wir haben uns hier schon im Vorfeld mit dem Steiger-Lied schon mal vorbereitet, was den Dortmund-Fan hier im Raum nicht so freut. Sehr schön gesungen. Mal gucken, der Dortmund-Fan reagiert leider nicht. Aber es ist okay. Vorweg sei einmal gesagt, weil wir es lange nicht mehr gemacht haben, Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, werden nicht berücksichtigt. Genauso wie Leih-Transfers. Also nur Spieler, die von einem anderen Verein zu Schalke gewechselt sind, als fester Transfer, die kommen in dieses Ranking mit rein. Was man schon mal zu Beginn sagen kann, das ist bei Schalke, war das schon ziemlich schwer. Weil die ganzen geilen Transfers waren halt im Endeffekt keine Transfers, die wir berücksichtigen können, weil es Transfers aus der Jugend sind. Sei es ein Draxler, ein neuer, Özil und hast du nicht gesehen. So, so viele. Da könnte man eigentlich schon fast eine eigene Folge machen, die besten Jugendspieler, die hochgekommen sind. Können wir vielleicht irgendwann in der Zukunft auch nochmal machen. Aber genau, Transfers gab es gar nicht so viele. Trotzdem gab es echt viele zur Auswahl, die wir hätten nehmen können. Und die Auswahl war echt so schwer wie bei, ich würde fast sagen, bei keinem anderen Verein, den wir bisher zusammen gemacht haben vorher. Wir waren uns bei vielen Sachen nicht so ganz einig, konnten uns aber im Endeffekt auf eine Top Ten einigen. Vielleicht ein paar Spieler, die es nicht ins Ranking geschafft haben. Emilio Penzer, Andi Möller, Frank Rost, Fabian Ernst, Jermaine Jones, Papadopoulos und zum Beispiel auch Ivan Rakitic. Also einige namhafte Spieler dabei. Vielleicht haben wir jetzt schon viel vorweggenommen und ihr wisst jetzt genau, die zehn Spieler, die kommen. Wir hoffen es natürlich nicht. Ich glaube, das schafft niemand. Glaube ich auch nicht, aber du kannst ja mal starten mit unserem Platz 10 aus der Saison 2005-2006. Vorweg einmal noch, weil du eben den Namen Ivan Rakitic erwähnt hast. Wir haben vor kurzem ein Interview mit Ivan Rakitic geführt, dafür würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Da hat er nämlich noch mal schön über seine Zeit unter anderem auch bei Schalke geredet. Also falls viele Schalke-Fans zuhören, wovon ich ausgehe, lohnt sich auf jeden Fall, das noch mal durchzulesen. Aber genau, kommen wir jetzt zu Platz 10. Und zwar ist das nämlich Kevin Kurani. Der kam 2005-2006 für 6,9 Millionen Euro vom VfB Stuttgart. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Fans den auch ein bisschen höher gesetzt hätten, weil der wirklich lange Zeit auch ein echt starker Stürmer bei Schalke war. Gerade diese Ablöse von 6,9 Millionen Euro ist aber, glaube ich, einer der Gründe, warum wir ihn nicht höher gesetzt haben. Wir starten aber erst mal mit seinen Zahlen. Kurani kam mit der Empfehlung von 83 Scorern aus 132 Spielen vom VfB Stuttgart. Bei Schalke konnte er diese Quote sogar noch einmal verbessern. Also die Quote bei Stuttgart, war ja einer der jungen Wilden da, wurde dann in Gelsenkirchen ja sogar echt noch mal besser. In 209 Pflichtspielen, übrigens für kein anderes Team hat er mehr Spiele absolviert, traf Kurani 87 Mal und gab 41 Vorlagen. Also das ist mal eine Bilanz, die sich auf jeden Fall sehen lässt. Er war insgesamt fünf Jahre bei Schalke und hat in jeder Bundesliga-Saison mindestens zweistellig getroffen. Hatte ich jetzt so auch nicht mehr auf dem Schirm, als ich mir das angeguckt habe. Man wusste, dass er immer auf jeden Fall mit vorne dabei war, aber dass er wirklich jedes Mal mehr als zehn Tore gemacht hat, hätte ich dir jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen können. Er ist aber auch nie Torschützenkönig geworden. Top-Ausbeute waren 18, das niedrigste waren 10, aber wie gesagt immer zweistellig. Ich glaube, Schalke hätte gerne einen Stürmer, der jetzt die letzten fünf Jahre immer zweistellig getroffen hat. Da sagst du was, ich glaube, da triffst du einen wunden Punkt gerade. Genau, in der Vizemeistersaison 2006-2007 hat er insgesamt 26 Scorer-Punkte in 32 Spielen. Da war in der gesamten Liga nur Klose und Jego besser. Also er war in dieser Zeit auf jeden Fall einer der Top-Offensivspieler in der ganzen Bundesliga, das muss man schon deutlich so sagen. Der Grund, warum er letztendlich sozusagen nur Platz 10 bei uns ist und nicht höher, das liegt einerseits daran, dass noch ganz schön viele andere Namen kommen. Und halt eben auch einfach, dass er sieben Millionen gekostet hat, was damals, ich meine, die zweitgrößte Summe war, die Schalke je gezahlt hat. Ich glaube, nur Peniel und Penzer war vorher noch teurer. Also das waren gerade in der Zeit, natürlich waren sieben Millionen Euro sehr, sehr viel. War ja auch schon Nationalstürmer damals, als er kam. Also es war sozusagen auch zu erwarten, dass er diese Leistung bringt. Er hat sie dann auch gebracht, deswegen reicht es für Platz 10, aber eben halt auch nicht für mehr. Es gibt andere Spieler, die halt auch noch Titel geholt haben mit Schalke in der Zeit. Er hat keine Ablöse gebracht beim Abgang, deshalb nur in Anführungsstrichen auf Platz 10, aber er hat es immerhin in dieses Ranking geschafft. Wir gehen in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurück und zwar zu Lewan Kobayashvili. In das Jahr 2003-2004 ist Ablöse frei vom SC Freiburg verpflichtet. Er ist mit Schalke zweimal Vizemeister geworden, 2005 und 2007. Hat sich dementsprechend direkt für die Champions League qualifiziert. Und in seinen sechseinhalb Jahren auf Schalke hat er sich sozusagen in die Europacup-Rekordliste der Schalker gespielt. Es gibt nämlich nur zehn Spieler, die mehr Europapokalspiele gemacht haben als Lewan Kobayashvili für Schalke. Hätte ich jetzt so auch nicht gewusst. Das hätte ich überhaupt nicht gewusst. Es sind 35 Spiele in den sechseinhalb Jahren und in den 35 Spielen hat er sieben Tore gemacht und ist damit in der Statistik zusammen mit Klaus Fischer, Kevin Gurkuhani und Lincoln auf Platz 6 der Rekordtorschützen der Schalker in der Europapokal-Historie. Das ist ja so ein Random Fact. Das ist ein sehr Random Fact, aber ein guter. Als Außenverteidiger, ein sehr guter. Als Außenverteidiger hätte ich das jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Für mich war Lewan Kobayashvili immer eher so ein Spieler, den wir in diesem Ranking letztendlich auch über Koranik zum Beispiel gestellt haben, weil er ja auch einfach so diesen Publikumsliebling-Effekt auf Schalke hatte. Also er war immer ein Spieler, der irgendwie beliebt war und einfach auch immer seine Leistung gebracht hat, immer zuverlässig war. Aber ähnlich wie wir das zum Beispiel beim Werder-Podcast auch mit Gebris Lassi hatten, halt irgendwie auch ein Spieler, der halt irgendwie auch nie gut genug für den nächsten Schritt war. Er war immer da, hat immer seine Leistung gebracht, aber dann halt eben auch zu noch mehr hat es dann irgendwie nie gereicht. Er wurde damals, glaube ich, schon so ein bisschen belächelt, aber im Endeffekt, glaube ich, wünschen sich viele die Zeit wieder mit einem Kobayashvili als Linksverteidiger. Der hat über seine ganze Zeit, wo er da war, bevor er zu Hertha gewechselt ist, die linke Seite da beackert, war absoluter Stammspieler. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wer war denn nach Kobayashvili mal noch ein richtig geiler Linksverteidiger auf Schalke? Ich habe mir jetzt drei Namen aufgeschrieben, du kannst mal sagen, ob die jetzt geiler waren, nicht so geil. Weil, was schon mal feststeht, es gab keinen, der sechseinhalb Jahre lang auf Schalke Stammspieler war als Linksverteidiger seitdem. Ja, da war viel Rotation seitdem. Gibt es nicht mehr. Christian Fuchs, Seat Kolasinac, Dennis Aogo, das sind so die drei. Die hatten aber alle halt nur so einen kurzen Zeitraum, wo sie gut waren und sonst kam da halt nichts. Ich meine, wenn wir über so einen Barber, Mendil und sowas alles reden, die da teilweise rumgelaufen sind, nichts gegen die Spieler an sich. Aber da kann man sich schon, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum wir jetzt in Kobayashvili da in so Top-Transfers ran spüren? Ach, Mann, Barber wurde ja auch mal von Tedesco als Stürmer eingesetzt und vergessen. Nee, aber Christian Fuchs würde ich rein leistungstechnisch vielleicht noch auf diese Stufe stellen, weil der auch in dieser Champions-League-Saison damals halt echt stark war und ja auch dann zu Leicester gegangen ist, da auch nochmal echt überragend in der Premier League gespielt hat. Also Christian Fuchs würde ich schon vom Leistungsvermögen her auf eine Stufe mit Kobayashvili setzen. Vielleicht sogar ein Stückchen drüber, aber eben dafür war er nicht so lange da, genau. Ja, er ist dann am Ende zu Hertha BSC gewechselt, ablösefrei, hat leider auch keine Ablöse eingespielt, genauso wie Kourani. Aber als er gegangen ist, ist auf jeden Fall eine Ära zu Ende gegangen. Das kann man so sehen. Mit dem Platz 8 hat er eine Ära quasi angefangen. Ich versuche mich wieder als Meister der Übergänge. Ja, geht so. Danke. Auf der anderen Seite hat nämlich zu dieser Zeit Rafinha gespielt. Der kam 2005, 2006 für 5 Millionen Euro von Curitiba aus Brasilien. Auch damals wieder 5 Millionen Euro, waren relativ viel Geld für Schalke. Jetzt noch kein absoluter Megatransfer, aber schon ein Transfer, den man tätigt, um diesen Spieler dann auch als absoluten Stammspieler zu verpflichten. Rafinha kam dann auch, hatte aber seine Startschwierigkeiten. Also er hat am Anfang auch gespielt. Die Leistungen waren gerade zu Beginn aber noch nicht ganz so extrem. Und da will ich jetzt mal ein Zitat vorlesen von Rafinha, was er vor ein paar Jahren bei uns im Transfermarktinterview auch gesagt hat. Da hat er sich nämlich so ein bisschen darüber beschwert, dass die Fans schon so ein bisschen voreilig waren damals. Er hat nämlich gesagt, die Fans wissen meistens gar nicht, wie schwierig es für einen jungen Spieler ist, bei einem neuen Verein anzukommen und bewerten ihn nur nach den Leistungen. Die Anfangszeit war extrem hart für mich. Ich sprach kein Wort Deutsch. Noch schlimmer als die Sprache war das Wetter. Im November und vor allem im Dezember habe ich zu meiner Familie gesagt, ich will hier weg. Es waren zwar nur minus 10 Grad, aber es hat sich angefühlt wie minus 50 Grad. Nachdem ich den Winter überlebt hatte, war mir aber klar, ich bleibe. Das klingt so geil. Das klingt nach einem typischen Brasilianer, der nach Europa kommt und erstmal überrascht ist, wie kalt es dann auch sein kann. Aber es hat sich ausgezahlt, dass er sich durchgebissen hat. Er blieb insgesamt fünf Jahre bei Schalke, absolvierte 198 Spiele. Da waren elf Tore, 24 Vorlagen. Hat ähnlich wie Kobayashvili die andere Defensivseite komplett hoch und runter beackert. War schon auch ein sehr offensiver Außenverteidiger. Hat sich immer wieder mit nach vorne eingeschaltet. Und war halt auch defensiv extrem giftig und unangenehm zu spielen. Hat es dann ja später auch noch, war dann ein Jahr bei Genua, ist dann zu Bayern gewechselt. Hat da ja auch nochmal gezeigt, dass er auch die Klasse für Champions League und alles Mögliche hat. Absolut. Also aus meiner Sicht, der beste Rechtsverteidiger, den Schalke je hatte. Ich habe ja das Dokument hier auch vor mir und habe gesehen, als du mir das geschickt hast, habe ich mir so überlegt, wer könnte das denn sonst sein? Es ist echt schwer. Ich könnte ein Benedikt Höwedes mit in die Diskussion schmeißen. Wobei ich ihn ja trotzdem eher als Infrarien sehe, genau. Und ansonsten Thilo Kehrer, der ist dann aber halt auch schnell wieder weg gewesen. Ja, war dafür nicht so lange da. Hat halt viel Geld gebracht. Ja. Das muss man ihm zugute halten. Aber viel Geld heißt ja nicht, dass er der Beste war. Das stimmt. Und ich finde halt, rein leistungstechnisch war Rafinha einfach eine Bank. Ja. Wie gesagt, mir fällt da jetzt auf Anhieb keine ein. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch da noch ein besserer Rechtsverteidiger als Rafinha einfällt. Wir gehen weiter auf Platz 7. Und zwar in das Jahr 2004, 2005. Da ist nämlich Lincoln ablösefrei von Kaiserslautern verpflichtet worden. Ein Spieler, ja, wo es unterschiedlichste Meinungen zu gibt, würde ich mal sagen. Bei Kaiserslautern ab der zweiten Saison hat er sein launisches Gesicht als Diva gezeigt, würde ich behaupten. Und ist da ja im Unfrieden zu Schalke dann gewechselt. Da dann Topspieler, was er bei Kaiserslautern nicht war. 117 Spiele für Schalke, 31 Tore, 33 Vorlagen. Das bemerkenswerte 14 Torbeteiligung hat er in 19 Europapokalspielen, also Champions League und UEFA Cup damals noch, nicht zu vergessen. Ist mit den Königsblauen wie Koviasch wie 2005 und 2007 Vizemeister geworden und stand im Finale des DFB-Pokals. Und auch nochmal ganz interessant, er selbst gibt sich übrigens die Schuld, dass Schalke 2007 nicht Meister geworden ist. Weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die Älteren vielleicht. Er hat am 23. Spieltag Bernd Schneider ins Gesicht geschlagen und wurde dafür für fünf Spiele gesperrt. Und in den letzten fünf Spielen oder in den fünf Spielen hat Schalke lediglich zwei Spiele gewonnen und dadurch so ein bisschen die Meisterschaft weggeschmissen, wurde gesagt. Ja, dann müssen wir ihn nochmal ein bisschen runterstufen hier in der Liste. Ja, also er war halt immer dieser, also entweder richtig geil oder halt so Diva und ein bisschen Probleme gemacht. Aber wie gesagt, wenn man sich jetzt die Scorer-Werte anguckt mit 66 und 117 Spielen, seine Unbekümmertheit teilweise auf dem Platz, diese Leichtigkeit, coole Pässe, geile Standards. Da hat er schon richtig was gemacht. Im Endeffekt hat er gesagt, seine Zeit bei Schalke war die schönste seiner Karriere. Aber auch da, wie bei Kaiserslautern, war das Ende eher unschön, wollte weg. Sein Berater hat auch gesagt, er fühlt sich jetzt hier nicht mehr wohl. Und dann ist er für fünf Millionen gewechselt zu Galatasaray. Das heißt, man hat nochmal einen Transfer-Plus gemacht. Er hat super Scorer-Werte und dementsprechend bewerten wir dieses charakterlich Schwierige eher mal so ein bisschen hintendran und sagen, wenn man die Leistung nimmt und das Transfer-Plus, was erzielt wurde, ist er für uns in der Top 10 dabei und zwar auf Platz 7. Und nicht weiter oben oder weiter unten, je nachdem, wie man das sehen möchte, weil er halt dafür auch nicht so lange da war und wie gesagt, ein paar Probleme auch gemacht hat. Ich glaube, während der Zeit auf Schalke waren alle Fans unfassbar begeistert von ihm, weil er halt einfach dieser Showspieler auch war, der so diese besonderen Momente machen konnte. Seien das jetzt Freischusstore, besondere Pässe oder irgendwelche Tricks. So, das hat, glaube ich, die Massen damals schon begeistert und war halt auch bei Schalke, wo halt die Fans einfach sehr leidenschaftlich sind, halt auch einfach so ein Faktor, warum er so beliebt war in der Zeit. Aber genau, du hast es schon gesagt, das Ende war jetzt auch nicht das Allerschönste, deswegen ist, glaube ich, diese Erinnerung an ihn im Vergleich zu anderen Spielern vielleicht nicht mehr so rosarot durch die Schalke-Brille, weil halt eben auch mal das ein oder andere oder der ein oder andere Fehltritt dabei war. Wir können es ja so sagen, in meinen Vorbereitung war zum Beispiel nicht in der Top 10 drin. Ich habe mich durchgesetzt und habe gesagt, der muss rein. Weil ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass der 66 Scorer für Schalke gemacht hat. Was sage ich eigentlich, 66, 64 bei 31 und 33 ist 64 natürlich und nicht 66. Aber daran sieht man ja, wir beide sind kompromissbereit. Es gab ja noch andere Spieler, wo wir auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren, aber finde ich vollkommen okay, dass wir ihn in den Top 10 packen. Aber wie gesagt, sieben ist okay, besser passiert. Weiter hoch muss es nicht, weil es kommen halt auch noch ganz andere Kaliber. Jetzt kommen wir nochmal auf Platz sechs zu einem Spieler, der wirklich ein richtiger Oldschool-Transfer war. Also der ist schon, das war gerade so an der 2000er-Grenze, der hat das noch reingeschafft. Und zwar Jörg Böhme, 2000, 2001 für 750.000 von Arminia Bielefeld gekommen. Der könnte jetzt den jüngeren Zuhörern vielleicht gar nicht so viel sagen, kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche da noch nicht mal geboren sind oder geboren waren zum Zeitpunkt. Oder vielleicht noch nicht aktiv am Spielen sehen, weil er war damals, als er gewechselt ist, auch schon 26 Jahre alt. Hat er auch schon eine ganze Reihe von Stationen durch. Jena, Nürnberg, Frankfurt, 1860 München, Arminia Bielefeld. Da blieb er überall maximal zwei Jahre. Also war halt so ein kleiner Wandervogel. Kam dann für gerade mal 750.000 Euro von Bielefeld. Also ist jetzt auch kein Transfer, von dem man jetzt so extrem viel erwarten muss. Hat sich dann auf Schalke aber richtig gemacht. 31 Tore, 36 Vorlage in 131 Spielen. Die betürtet er auch 2001, dann kurz nach dem Transfer für die Nationalmannschaft, wurde er auch mit zur WM 2002 genommen. Auch wenn er da ohne Einsatz blieb. Er war Teil der Teams, die 2001 und 2002 jeweils den DFB-Pokal gewonnen und hatte da extrem großen Anteil dran. Im Finale 2001 hat er gegen Union Berlin beide Tore beim 2-0-Sieg geschossen. Ein Jahr später, beim 4-2 gegen Leverkusen, hat er auch ein Tor gemacht. Also auf jeden Fall ein großer Anteil am Titel. Hatte auf Schalke die beste Zeit seiner Karriere. Auch da kommt aber, wie bei Lincoln, so ein bisschen noch diese, kaum noch so kleine Fehltritte dazu. 2002 wurde er nämlich wegen mehrfacher Disziplinlosigkeit und auch fehlender Einstellung zeitweise sogar suspendiert. Und auch das Ende soll dann nicht ganz so schön gewesen sein. Es ging dann nochmal ablösefrei zurück zu Bielefeld. Aber trotzdem, die Zeit bei ihm war ohne Frage die beste seiner Karriere. Er ist so ein Nationalspieler geworden, hat großen Anteil an zwei Titeln gehabt und deswegen aus meiner Sicht ein verdienter Platz 6. Muss man nochmal sagen, nochmal ein richtiger Typ damals auch. So ein Oliver-Kahn-Typ halt auf dem Platz. Ja. So in die Richtung. Was ich, wenn ich an Böhme denke, denke ich immer an diese klassischen Bananenflanken-Dinger und sowas. Bananenflanken, so ein flacher Schuss ins lange Eck, so mit 100 kmh. Ja. Also der hatte eine richtig starke linke Kleber einfach. Ich weiß gar nicht, müsstet ihr euch mal angucken, ein paar YouTube-Highlights gibt es bestimmt auch von Jörg Böhme. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Da sind ein paar geile, geile Buden dabei. Wir sind bei der Mitte angekommen und zwar auf Platz 5. Und da steht Marcelo Bordon. Ist 2004, 2005 für 4 Millionen von Stuttgart verpflichtet worden. Und die langen Podcast-Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, dass er schon in den Stuttgart-Top-10-Transfers seit 2000 vertreten war. Das heißt, wenn er jetzt auch in den Schalke-Top-10-Transfers seit 2000 ist, sprechen wir von einem nicht so schlechten Innenverteidiger. Dass er einiges richtig gemacht hat, ja. Richtig. Und zwar finde ich meiner Meinung nach einer der ekelhaftesten Verteidiger der Bundesliga-Historie. Ich glaube, kein Stürmer hatte Lust gegen den zu spielen. Egal, ob es in einem Zweikampf in der Luft ging oder im Zweikampf am Boden. Der hat gezogen, gezerrt, gekratzt, getreten. Alles natürlich auf eine gewisse Art und Weise fair. Alles an der Grenze. Aber ich glaube, da als Stürmer, da bist du mit Kratzspuren und blauen Flecken nach dem Spiel nach Hause gefahren und hast dir gedacht, oh Gott, nee, zum Glück habe ich jetzt erstmal wieder 17 Spiele oder 16 Spiele Ruhe vor dem. Und ein sauberes Trikot hat der Bordeaux auf jeden Fall nie im Spiel. Nee, absolut nicht. Aber unabhängig davon, dass der einfach gegen den Ball unfassbar eklig war. Das war auch so mit einer, finde ich, der ersten Verteidiger, die das Ganze auf der Innenverteidigerposition noch ein bisschen spielerisch lösen wollten. Also es war jetzt nicht so dieser klassische Oldschool-Verteidiger, ich glaube, dazwischen und alles mit Ball kann ich nicht. Sondern das war einer, der mit dem linken Fuß, gerade als Linksfuß in der Innenverteidigung, nochmal für eine Spieleröffnung gesorgt hat. Was zu der Zeit auch nicht gang und gäbe war, muss man einfach sagen. Spieleröffnung vor allem auch in Form von diesem Andribbeln. Das, was ja auch Lucio schon gemacht hat, wofür damals immer ausgedacht wurde. Was heutzutage ja aber sogar gewollt ist, dass Innenverteidiger andribbelt und halt einfach diese Linien, wenn sie zu sind, dann eben selbst überspielen, indem man halt da durchdribbelt. Und sowas hat Bordogna früher auch immer schon gemacht, dass er einfach sich den Ball genommen hat und gesagt hat, scheiß drauf, ich renne jetzt mal. Und das war dann aber auch immer wieder effektiv. Also er war auch sehr torgefährlich. Du sprichst es an, 18 Tore, 9 Vorlagen, in 231 Spielen für Schalke. Er hat die meisten Spiele seiner Karriere für Schalke gemacht. Ich habe ihn irgendwie so im Hinterkopf immer irgendwie mit Stuttgart in Verbindung gehabt. Echt? Das ist andersrum. Ich habe ihn immer mit Schalke im Kopf. Wahrscheinlich auch, weil ich da dann schon ein bisschen älter war. Das sind die paar Jahre Altersunterschiedsverstandsgleich. Ja, das kann sogar wirklich sein. Und jeder kennt natürlich seine Freistöße, die er mit 200 kmh in die Maschen haut. Natürlich auch bei Standards. Unfassbar kopfballstark, torgefährlich. Also ein kompletter Verteidiger, muss man einfach sagen. Und wie auch bei Stuttgart ist Bordogna in den Top 10 der Schalke-Transfers seit 2000. Das war jetzt, glaube ich, unser letzter Innenverteidiger, kann das sein? Oder unser letzter Verteidiger insgesamt? Ja, das ist richtig. Wir machen nämlich wieder weiter mit Offensivspielern. Da lässt sich das immer so schön mit Zahlen belegen. Und zwar ist das Jefferson Verfahren. Der kam 2008, 2009 für 10 Millionen Euro von PSV Enthofen. Das war damals Rekordsumme. Also so teuer war damals noch nie ein Spieler, den Schalke geholt hat. Und der Druck war dementsprechend hoch. Dem hielt er aber auch dann wirklich stand. Erst sieben Jahre später sollten sich die Wege wieder trennen. Dazwischen lagen dann 53 Tore und 69 Vorlagen in 228 Einsätzen. Verfahren erarbeitete sich mit seinem unermüdlichen Einsatz, gerade mit seinen Tempo-Dribblings. Also er war unfassbar schnell. Und hat eben auch einfach mit seiner Torgefahr den Kultstatus auf Schalke. Also war auch so ein richtiger Publikumsliebling. Ähnlich aber auch, wie wir das bei Lincoln. Also Schalke hatte irgendwie ein Fable für Spieler, die auch ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ähnlich wie bei Lincoln und Böhme. Aber auch nicht immer ganz charakterlich einwandfrei. Also es gab auch mal Berichte, dass er unangekündigt zu spät aus dem Urlaub wiederkam. Dann war halt so ein großes Thema immer dieses Bleibt, der geht er. Er ist letztendlich sieben Jahre geblieben, hat auch 2012 nochmal seinen Vertrag um insgesamt vier Jahre verlängert. Wo man eigentlich schon dachte, okay, es ist sehr gut möglich, dass er jetzt den Verein verlässt. Es gab dann aber eigentlich in jedem Sommer wieder irgendwie so Gerüchte, geht er. Und dann gab es auch Berichte, dass er zu viel Gehalt fordert. Dass er quasi mit einem Wechsel droht, wenn er keine Gehaltsanpassung bekommt. Also es war nicht immer ganz leicht. Aber irgendwie haben ihm die Fans das trotzdem immer verziehen. Weil es ist jetzt sogar immer noch auch ein Abschiedsspiel geplant, weil er jetzt im letzten Jahr seine Karriere beendet hat. Dass er ein Abschiedsspiel in der Felddienstarena bekommt. Also so einen Status bei den Fans und bei dem Verein hat er immer noch. Dass er wahrscheinlich sein Abschiedsspiel bekommt, was ja ansonsten nicht jeder Spieler kriegt. Einer der geilsten rechtsaußen, finde ich, in der Bundesliga zu der Zeit. Also du hast es angesprochen, die Tempo-Dripplings, die Torgefahr, die er ausgestrahlt hat. Und das war nie was super Wildes, aber es war super effektiv. Und das hat Schalke schon auf ein anderes Level auch noch gehoben. Und ja, er hatte auch mal seine Schwierigkeiten. Aber man muss es ihm, glaube ich, schon hoch anrechnen, dass er über sieben Jahre auf Schalke geblieben ist. Und halt eben nicht den Sprung gewagt hat und abgehauen ist quasi, als es schön war, als er Angebote hatte. Sondern er ist geblieben und wollte es mit Schalke immer unbedingt schaffen. Hat dann nicht zum ganz großen Titel gereicht. Aber ich finde, das kann man ihm auf jeden Fall hoch anrechnen, dass er geblieben ist. Und dann dementsprechend schauen wahrscheinlich manche Fans darüber hinweg, dass er mal zu spät aus dem Urlaub gekommen ist. Oder ja, manchmal negativ aufgefallen ist. Wie gesagt, da gibt es andere Spieler, die dann halt schnell den Weg weg von Schalke gesucht haben. Und so auch unser Platz 3. Das war der schöne Überleitung jetzt. Danke. Und zwar ist die Rede von Leon Goretzka, ist 2013-14 für 3,25 Millionen vom VfL Bochum verpflichtet worden. Hat jetzt so quasi bei Bayern die wahrscheinlich schwierigste Zeit in seiner Karriere. Also da, ja, sieht alles andere als schön aus, muss man sagen. Bei Schalke lief es aber sehr, sehr gut. Und ist 2013, wie gesagt, gewechselt im Alter von 18 Jahren aus der 2. Liga in die Bundesliga. Hat direkt dabei am ersten Spieltag sein Bundesliga-Debüt gefeiert und sein Startelf-Debüt gegeben. War dann ein bisschen so der Ergänzungs-Rotationsspieler. Und ab dem 24. Spieltag hat er keine einzige Minute mehr verpasst für Schalke in der Saison. Ist zum deutschen Nationalspieler geworden. Nach ihm haben das nur drei weitere Schalke-Profis geschafft, die quasi als Schalke-Profi für die Nationalmannschaft debütiert haben. Weißt du, wer es ist? Also Leroy Sané, denke ich mal. Ja, das ist der einfache. Tilo Kehrer? Nein. Nicht? Hat er nicht und nicht für Schalke debütiert in der Nationalmannschaft? Nicht für Schalke debütiert in der Nationalmannschaft. Dann, war ein neuer, war vorher, ne? War vorher. Müsste ich jetzt länger überlegen. Uwe Draogo hat noch nicht debütiert. Ansonsten fällt mir da erstmal jetzt nicht mehr wirklich jemand ein. Das sind auch Spieler, die zusammen auf fünf Länderspiele kommen. Also sind Marc Uth und Suat Serdar. Ah ja. Die gehobene Nationalmannschaftselite. Aber da sieht man auch schon mal, was für ein Status sich Leon Goretzka in der Zeit erarbeitet hat. Da früh zu debütieren für die deutsche Nationalmannschaft. Mit einem Marktwert von 40 Millionen zwischenzeitlich. Der wertvollste Schalker. Und, das muss man auch mal betonen, nie war ein Schalke-Spieler wertvoller als Leon Goretzka zu dieser Zeit in der Saison mit 40 Millionen. Er ist dementsprechend auch, beziehungsweise das ist ein kleiner negativer Aspekt, er ist dann ablösefrei zu Bayern gewechselt, war aber nach Lewandowski der wertvollste Spieler der Welt, der ablösefrei den Verein gewechselt hat. Also, wie gesagt, sein Status bei Schalke unfassbar. Die Entwicklung, die er genommen hat. Ich glaube, natürlich haben sich das alle erhofft, dass es aber so schnell geht. Und, das war ein Wunsch, aber dass das so funktioniert, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Aber, wie gesagt, ein Spieler, der schnell dann den nächsten Schritt gehen wollte, Schalke verlassen hat, kann man ihm ja auch nicht verwerfen oder übel nehmen, wenn da halt Bayern anklopft. Aber dementsprechend leider nicht so super lange bei den Königsblauen gewesen. Ich glaube, einige Schalke-Fans oder viele Schalke-Fans haben ihm das aber, glaube ich, sehr übel genommen, diesen Wechsel zu Bayern, zumal er halt ablösefrei war. Und man sich natürlich irgendwie erhofft hat, dass er den Vertrag nochmal verlängert und dann halt eine Ablösesumme bringt. Ich glaube, wenn er verlängert hätte und dann ein Jahr später für 30, 40 Millionen gewechselt wäre, dann wäre alles gut gewesen. Dieses Ablösefreiheit und dann eben auch noch zu Bayern, die damals ja wirklich noch ein direkter Konkurrent auch von Schalke war, tat halt einfach sehr doll weh. Vor allem direkt nach der Vizemeistersaison. Er ist damals aber ja auch als großer Bochum-Fan, ist er ja heute auch noch, das betont er ja auch immer wieder, als Bochum-Fan dann zu Schalke gekommen. Und er hat das mal auch so ehrlich gesagt, ich bin damals nicht zum Verein gekommen und habe zu Beginn gesagt, das ist mein Herzensklub und ich habe in Schalke-Bettwäsche geschlafen. Ich habe durch harte Arbeit und Leistung die Zuneigung der Fans gewonnen. Ich bin zwar nicht als Fan des Vereins gekommen, aber ich habe ihn lieben gelernt. Also er hat halt quasi gesagt, dass er nie auch so getan hat, als wäre jetzt der größte Fan von Schalke, sondern er hat es schon immer auch so ein bisschen als Zwischenschritt gesehen zum nächsten Verein, weil er wusste, er ist gut genug, dann irgendwann auch weiterzuziehen. Ist ja auch legitim. Wenn man das dann auch nie so groß irgendwie nach außen trägt, dass man der größte Schalke-Fan ist und unbedingt Ewigkeiten bleiben will, dann ist das ja auch alles okay. Deutlich okayer war der Abgang von unserem Platz 2, damals von Schalke. Und zwar handelt es sich dabei, ich glaube, die meisten Zuhörer werden jetzt schon wissen, wer auf Platz 2 und Platz 1 ist. Nur noch die Reihenfolge ist wahrscheinlich nicht ganz klar. Und zwar haben wir uns auf Platz 2 für Raúl entschieden. Raúl kam 2010 ablösefrei von Real Madrid. Und da war ja allein schon der Transfer an sich, unabhängig von den Leistungen, die dann gefolgt sind, so eine Sensation, dass Schalke einen Spieler von Real Madrid verpflichten kann, der ja auch bis zum Schluss da noch wirklich überragende Leistungen gezeigt hat und halt einfach vergöttert wurde in Madrid bei einem der größten Klubs der Welt. Er hat 741 Spiele für Real gemacht, 323 Tore, 133 Vorlagen, also eine absolute Real Madrid-Legende. Und dass dieser Spieler dann ablösefrei zu Schalke gewechselt ist, das war ja damals eigentlich der größte Transfer-Coup der Bundesliga, vielleicht sogar zu der Zeit der Bundesliga-Geschichte, ich weiß es gar nicht. Er wurde auf jeden Fall von Beginn an vergöttert, auch die Mitspieler haben immer geschwärmt von ihm, wie er sich im Training präsentiert hat, dass es halt auch so ein Star ohne Allüren war. Also er wollte jetzt keine Extra-Wurst, sondern ist immer im Training vorangegangen, hat einfach mit guter Einstellung auch überzeugt und so das ganze Team mitgezogen. Und auch sportlich ist da natürlich einfach eine überragende Zeit gefolgt. Wobei man sagen muss, es war nicht von Anfang an direkt erfolgreich, die ersten Spiele waren ein bisschen holprig. Da hat dann auch Raul am Anfang noch so ein bisschen schwankende Leistung gezeigt. Irgendwann ging es dann aber los so im Spätherbst oder Richtung Winter. Da hat er dann unter anderem zwei Dreierpacks gegen Werder und Köln geschossen und ist dann ja auch in der ersten Saison direkt Pokalsieger geworden mit Schalke. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wahrscheinlich Schalke-Fans, wo Schalke-Fans immer noch am meisten so in Erinnerung schwelgen, diese Champions-League-Saison. Ja. Wo die dann ins Halbfinale vorgedrungen sind, im Viertelfinale ja gegen Inter Mailand gewonnen haben, 5-2 auswärts gewonnen, die wirklich an die Wand gespielt und da hatte Raul ja ja riesengroßen Anteil dran. Man ist, auch das wusste ich überhaupt nicht mehr, in dieser Saison, aber in der Bundesliga nur 14. geworden. Als du das geschrieben hast, habe ich auch gestaunt und erst mal nochmal nachgeguckt, ob du dich verschrieben hast, weil ich da nicht gerechnet habe. Das ist richtig. Pokalsieger, Champions-League-Halbfinale und dann aber 14. in der Liga. Also halt wirklich so ein bisschen wie Dortmund letztes Jahr auch, Champions-League-Finale und in der Liga, aber gut, Fünfter ist jetzt nicht 14. 5 von 14 ist ein kleiner Unterschied. Aber die Ambitionen waren natürlich auch noch andere. Trotzdem, also obwohl die Saison in der Liga nicht so extrem gut war, die Erinnerungen, die an Raul noch bleiben, sind, glaube ich, für jeden Schalke-Fan einfach unbezahlbar. Er blieb dann noch eine weitere Saison. Insgesamt kam er auf 40 Tore und 21 Vorlagen in 98 Spielen und ja, nach zwei Jahren ging es dann weiter. Aber allein in diesen zwei Jahren hat er eigentlich Erinnerungen und einen Fußabdruck hinterlassen, der wahrscheinlich für zehn Jahre gereicht hat. Ja, der Spieler ist als Real-Madrid-Legende gekommen und ist für die Schalker als Schalke-Legende dann gegangen. Also wir könnten über den Transfer ja hier alleine schon noch gefühlt eine halbe Stunde bis Stunde sprechen, weil das ja so überraschend und so sensationell war, dass das überhaupt über die Bühne gegangen ist. Felix Magath-Masterclass. Ja, muss man so anerkennen. Das muss man wirklich anerkennen. Also es können nicht viele von sich behaupten, dass sie eine Legende eines absoluten Top-Vereins zu einem anderen Verein geholt haben, der vom Standing her, nichts gegen Schalke, ganz, ganz woanders war zu dem Zeitpunkt. Also ja, Hut ab, da kann man nur den Hut ziehen vor Felix Magath und absolut verdient, dass er so weit oben im Ranking steht. Es hat nicht ganz für die Eins gereicht, denn da steht der für mich aus HSV-Sicht meist gehasste Spieler. Und zwar geht es um Klaas-Jan Huntelaar, der 2010 für 14 Millionen von AC Mailand verpflichtet wurde. Der hat, da konntest du die Uhr nachstellen, gegen den HSV getroffen, wie er wollte und es kam mir nicht, es kommt mir nicht nur so vor, ich habe noch extra nochmal nachgeschaut, er hat gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga so häufig getroffen, wie gegen den HSV. Perfekt. Elfmal. Also du wusstest, wenn der gegen den HSV auf dem Platz steht, dann macht er mindestens eine Bude. So und jetzt können wir... Voll ich übernehmen? Nein, nein. Jetzt gehen wir weg von meinem HSV-Fan da sein und hin zu der Huntelaar-Masterclass, die er abgerufen hat. 249 Spiele für Schalke, 128 Tore, 36 Vorlagen, einmal Torschützenkönig, 2011, 2012, mit 29 Toren, DFB-Pokal und Super-Pokalsieger mit Schalke über sieben Jahre lang absoluter Leistungsträger, wenn nicht sogar... Oder was heißt, wenn nicht sogar... Einer der besten Stürmer in der Bundesliga zu dem Zeitpunkt und auch da muss man sagen, vorher Karriere gestartet bei Ajax, dann Real und Milan und dann konnte man ihn verpflichten. Also auch das finde ich ein überraschender Transfer, auch wenn es bei Real jetzt in dem kurzen Zeitraum nicht so gut funktioniert hat, aber der war schon ganz woanders von seiner Karriereleiter her und ist dann zu Schalke und diese sieben Jahre, also wir bewerten jetzt nur die sieben Jahre und nicht seine zweite Zeit, als er nochmal von Ajax zurückgekehrt ist, unfassbar stark und für mich, wie ich eben gerade gesagt habe, einer der geilsten Stürmer in der damaligen Bundesliga-Zeit und ja, da ist das HSV-Trauma war auf jeden Fall war und ist noch vorhanden. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Transfer damals, als er das erste Mal verpflichtet wurde, weil ich da noch so beim Transfer selber dachte, boah, ist aber schon auch echt eine happige Summe, also dagegen seine Leistungskurve, nachdem er ja, wie du gesagt hast, bei Real und Milan war, eigentlich eher so ein bisschen nach unten, also man dachte so, okay, er hat diesen ganz großen Schritt nicht geschafft und dann wurden 14 Millionen Euro für ihn gezahlt, was ja wirklich auch extrem viel Geld ist, aber dann, ja, hat er halt einfach gezeigt, dass er das Geld mehr als wert ist und hat 128 Tore gemacht, damit liegt er auf Platz 3 der Rekordtorschützen von Schalke, nur Klaus Fischer und Bernhard Kloth liegen vor ihm, er liegt damit vor Spielern wie Ebbe Sand, ja, Kevin Korani haben wir eben angesprochen, irgendwo an der Brügge, Olof Thonen, also da kommen noch ganz andere Namen, also einer der größten Schalke-Spieler ever, das muss man so deutlich sagen und deswegen auch verdient Platz 1 und sogar vor Raul. War, muss man sagen, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden, weil das absolut geile Kicker waren, sie könnten unterschiedlicher nicht sein, aber wir haben uns im Endeffekt für Huntela auf 1 und Raul auf 2 entschieden, ihr könnt gerne natürlich nochmal in die Kommentare schreiben, wie eure Top 10 aussehen würde, ob ihr da mitgeht, ob ihr ganz andere Namen noch gehabt hättet im Petto, wo ihr sagt, was ist denn mit denen da, aber warum ist jetzt so ein Laden Christa zum Beispiel gar nicht dabei oder Faden Ernst oder Naldo, wie gesagt, gibt da einige Namen, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben, aber die natürlich auch irgendwo ihr das Anrecht haben, da eventuell reinzukommen, ist ja alles natürlich persönliche Meinung. Ganz wichtig, da nur nochmal keine eigene Wechsel, keine Leihen, weil das lesen wir halt ganz oft in den Kommentaren, warum ist der denn nicht dabei und meistens ist es dann, weil er aus der eigenen Jugend kam oder weil es halt ein Leit-Transfer war. Richtig, sehr gut ergänzt, aber das war es dann jetzt auch schon wieder, mal eine etwas kürzere Folge zur Abwechslung. Kleiner Teaser für die nächste Woche, denn es geht los mit den neuen Marktwerten. Nächste Woche Marktwert-Update, zweite Bundesliga mit Tobi Kröger, da werdet ihr wieder aufs Stand gebracht, warum manche Spiele auf- oder abgewertet beziehungsweise nicht neu bewertet wurden. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da, bewertet ihn mit 5 Sternen und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.